Bitte komm, es liegt dir Happy Birthday Sky Mini, hoffe es wurde nicht zu früh angesehen Wann hat Sky Mini dein Geburtstag? Ist dir heute 18? Nee, 3.12. Ah ja! Okay, ja dann bist du leider ein bisschen zu früh nicken heute, das tut mir leid. Ah, weiß ich Bescheid. Ah shit, hier geht es wieder. Wann ist denn das nochmal? Hast du wirklich morgen Geburtstag Sky Mini? Okay, dann werde ich es nie wieder vergessen. Ah shit, wir gehen wieder. Wo ihr gleich den Bildschirm trefft, schließt die Augen und stellt euch vor, es macht so richtig klunk. So diese 1000 Gläser knall gegeneinander. Ey! Mann! Komm schon, nochmal. Nee, da bin ich raus. Was ist denn heute? Wie? Da hat sich tatsächlich der Schlein gelöst. Bei dem Rage. Ist ja witzig. Lul. Ähm. Hä? Da hat sich einfach Luft aufgelöst. Habt ihr das gesehen? Wo ist er hin? Verschwindet nicht einfach puff und weg, sondern sie verschwindet und pfff. Hinterlässt noch eine Rauchwolke. Oder eine Flamme. Oder eine Flamme. Wie auch immer. Das ergibt schon Sinn. Matti. Matti oder auch Maschine, Digga. Ja. Das ist mein zweiter Name. Matti Maschine Berger. Man kennt ihn. Äh. Ja. Meine Eltern haben mir diesen Beinamen damals wegen meiner Fürze gegeben. mhm. Die konnten ja nicht wissen, dass irgendwann mal ein Spiel namens Fortnite rauskommt. Ich liebe den hier. Dieser Johnny ist einer von wenigen, denen ich auch folge. Auf TikTok. Und Nick Nolte und Quarky auch. Die nehmen einfach so ganz normale Sätze. Es könnte halt auch jetzt dieser Satz in diesem Moment sein. Die nehmen so ganz normale Sätze. Aber machen daraus irgendwie so nen Kack. Wisst du was ich mein? Das war irgendwie ein bisschen sehr viel gefummelt gerade. Jetzt hier nicht meckern oder so. Aber das war schon ein bisschen sehr viel gefummelt. Wir brauchen zweite Kamera für die Ego Perspektive. Hier, ich mach mal meinen Finger. Mann. So. Am Daumen. Zack. Äh. So lang ist. Von der Daumenspitze bis zum Zeigefinger. So. Was ist das? Eineinhalb bis zwei Zentimeter ist der lang. Und das mag ich nicht. Das ist mir zu lang. Ich unterschlag nicht den 1 Zentimeter. Der macht nen Unterschied. Denkt an Freunde. 1 Zentimeter kann einen großen Unterschied machen. in meiner Hand. Ja. Normalerweise liegt das ja so senkrecht in meiner Hand. Aber in der Schlussposition liegt es fast komplett waagerecht in meiner Hand. Das wird euch anfangs etwas komisch vorkommen. Aber ist alles richtig so. Es geht um Brot. Mann. Ihr reißt das so durch. Und es macht so richtig krrrr. Und die Krümel prasseln auf den Tisch. Krrrr. Ich sag euch aber Bescheid wann ihr die. Warte ich sammle das. Ich mach ein Häufchen. Ich mach jetzt hier ein Häufchen in die Schüssel. Okay. Mann. Maus. Ich find das langsam nicht mehr lustig. Ich fand das noch nie lustig. Boing. Ich schieb das gleichmäßig. Du musst einfach nur gegenhalten. Okay. Let's go. Boing. Warum eigentlich nicht? Und denkt dran ihr bekommt die ganzen Dezember über 15% Rabatt auf alle meine Merchartikel mit dem Code X-15. Okay. Ganz schön arrogant oder? Ein bisschen. Eingebildeter Typ. Naja. Hält viel von sich selbst auf jeden Fall. Er ist halt der Beschützer unserer Tochter. Sehen wir mal. Oh da bin ich reich. Oh. I look dead. Sieht bisschen wie aus wie Tobi tatsächlich. Die Leute fragen Matti was ist die Somnium Membership. Ich hab dazu Videos. Gib einfach ein. Ja hallo. Ja hallo. Ja hallo. Ja hallo. Ja hallo. Der Matti-Effekt. Hulksfash. Ähm. Schwerkraft nutzen. Ende. Und das ist der letzte. Den holen wir jetzt nämlich mit Feuer. Nein! Ich rasch da aus! Oh, wie schön. Aus den Haaren. Bartkekse machen wir. Und dann kriege ich den Teufel nicht. Wenn man nicht genau das, dann geht die Hügel nicht so gut. Der Unzeil nicht mehr so schön ist. Und dein Kuhl nicht mehr so schön ist.